Hallo Leute, willkommen zu einer Runde Kursgehe auf der Map HiRise. Ich hatte schon glaube ich Sticker 10 Aufnahmenbesuche oder so, wo ich entweder zählt wurde oder weiß nicht. Entweder von irgendwelchen Randys getötet werde, so wie den da, oder abgekleent werde, was der Typ diesmal nicht schafft. So, dann haben wir. Und Leute, was ich anzusprechen hätte, wäre, dass ich jetzt Platz 1 in Kurs gewinne. Wie wahrscheinlich schon ein paar mitbekommen haben von Twitter, aber ich das trotzdem noch in einem Video ansprechen wollte, da viele gesagt haben, ich soll zu lang Kurs gespielen, bis ich Platz 1 bin und jetzt bin ich Platz 1 in 30 Tagen Monthly Stats, was mich mega freut und wo ihr mich auch ein bisschen motiviert habt und danke dafür. Den können wir auch noch holen, der hat eine Kleinschaft für uns, DHS. Hätte ich gerne. Dankeschön, my friend. Okay Leute, dann haben wir schon mal ganz guten Stuff. Und 4 Kills haben wir auch schon, dann würde ich sagen, wir holen uns gleich noch die nächsten Gegner, damit die Runde schnell vorbeigeht. Dabei habe ich den RP-Folder jetzt auch schon hochgeladen, der wird dann nächstes Video als Download irgendwann kommen. Also, könnt ihr schon mal vorbereiten, dass ihr einen ganz großen Ordner downloaden könnt oder wollt, wenn ihr das wollt natürlich noch. Und den haben wir auch getötet. Wir leben noch zwei Spieler, wir haben sechs Skins, das ist schon mal ganz gut runter. Okay, da ist der da und nice, dem kommen wir. Und GG Leute, wir haben übrigens, what the fuck, wir haben zweieinhalb Stacks Pfeile. Ja gut, habe ich gesagt. Ach ja, bei meinen Stats kann ich ja hier noch mal zeigen. Falls es zu wen interessiert, ich habe jetzt, bin jetzt erster Platz und da kann ich euch die Stats einfach anschauen. So, dann sind wir in Deathmatchesleben immer ein Gegner. Und der ist auch nicht wirklich so stacked, doch Eis gescheitert hat er, also ist er eigentlich schon ganz stacked. Aber, ja, checkt überhaupt nichts. Und Leute, dann würde ich sagen, lasst eine Position da, wenn euch das gefällt, dass ich jetzt Platz 1 bin und dann würde ich sagen, Leute, ciao bis zum nächsten Mal.